noch als ich arbeit gestern gezogen noch heute montag kann ich wieder normal arbeiten gehen ich habe das ganze rum zu lungen irgendwo ich kann da doch nicht ein okay ein bisschen ruhe dazwischen mal so ist okay aber auch aber das was da abgeht ist eigentlich nur chill ich kenne es so ging es mir zwar fast zwei jahre lang jetzt glaube ich die scheiß kurzarbeit selbst in der kurzarbeit wir hatten ja nichts mehr zu tun die haben ja was zu tun aber wir dürfen noch nicht arbeiten wir sollen dann erzählen entstehst du denkst du jetzt noch zählen hast du nicht irgendwas anderes die kacke dampft noch so viele minus minuten ich habe dann auch pünktlich also ich warte da nicht bis 18 ich weiß schon zehn zwölf nach weg wir dürfen ja alles sehen und nicht mehr zählen im stand bild sich so ausgeschissen aus das macht das spiel das macht das spiel neun saudi was gruppen willkommen in meiner ersten sieges runde saudi willkommen in meiner ersten kaffee runde saudi neuer kommentar moin moin ja selbst saudi noch nicht das würde ich hier nicht sitzen ich versuche gerade noch herauszufinden wenn ich bin das weiß ich nie also ich hoffe mal jeden morgen dass ich es irgendwann mal herausfinde vor zehn uhr weiß ich das nicht das ist gut weil ich weiß wie mein gegner auseinander nimmt nachher aufstehen direkt spiel aufgehangen ach was ein scheiß saudi ich sag's dir das ist am frühen morgen das braucht man nicht mir doch gestern bei 19 kills auch passiert aber die lobby stehen das machen wir nicht den gegnern er weiß nicht was abgeht ich habe noch gar keine ich sterbe langsam schön mit dem schild über den schädel das ist eine lowly kiste ah zombie kiste Ach, nur noch Holzesaudi am Wochenende. Krieg ich hier keine Fähigkeiten mehr? Ja, blick dich doch. Die letzte Runde, ich hab schon Gegner, die voll am Schwitzen sind. Und ähm. Äh, manche nehmen's ein bisschen zu ernst. Feinblick in Druck! Oh, gut, hier bin ich total dabei. Gute Nacht! Ich will einen Luftschlag auf dieser Position! Feinlicher Präzisionsluftschlag! Hier, Königstreich! Tag unter mich! Feinlicher Präzisionsluftschlag! Süperabschlag! Gute Nacht! Feinlicher Runde ist aktiv! Guten Morgen Mama Moin Naga Mich zu finishen muss ein bisschen früher aufstehen Oh 25 Gewehr 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 Der Feind sprengt über dem Gewicht ab, auf den Himmel ab. Was ist denn? Sofort sicher. Suche nach Vorräten. Finden wir ein paar Verbesserungen. Das Gas nähert sich dir. Feindlich, die Drohne ist aktiv. Da hinten läuft ja. Scan abgeschlossen. Verlass den Luftraum. Gute Nacht, Droh. Ich will einen Luftschlag auf diese Position. Moin, Patrizia. Moin, Patrizia. Ich habe sogar einen Zuschauer im Game. Das Gas breitet sich aus. Neue Sicherheitszone wird man hier. Das sind die besten Zuschauer. Ein ungläubiger Thomas. Ach, bestens. Für mich läuft es immer gut hier. Ich bin selber. Ne, guck, Schatzi. Gibt es keine Ausrüstung. Ah. Ah. Die Auferstehung endet gleich. Auf der Ruhel. Erfitte Gebietsaufklärung. Auf der Ruhel. die ohne beginnt über die 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 ach der ist ankommen ach so das heißt na ja patrice ok umlaufen die dann haben wir eine gut nachts gut nachts jetzt abwarten drei tage das spiel und dann irgendwann für gigabyte groß ja dieser kack auf einmal ist er genau auf meiner linie oder was ich glaube kommt auch nächste woche wieder ich bin auch nicht begeistert das vertus drin ist aber naja das kopfgeld ziel ist ausgestaltet wundervoll ich will einen luftschlag auf dieser position der phoenix 3 schlag unterwägen bitte bitte die die Jonas, der Schwitzer ist da. Fuck. Ich dachte, der hat den ausgeschaltet. Das heißt, der Schwitzer nähert sich aus. Sicherheitszone verlinkt. Das heißt, der Forst nähert sich dir. Win. Sehr schön. Ich darf noch eine Runde win. Ich sag es doch. glaub mir doch einfach Nö, nie im Leben glaub mir doch einfach Neeeee, wir haben ein Trunk Einen wunderschön guten Morgen, Meli Na, Meli, noch gut gefeiert Moin, Meli Patsi, Patsi Danke, Mama Danke, Patricio Ein bisschen Kaffee und Kuchen und Whisky Danke, Meli 25.000 Punkte Das geht doch Danke, Patricio auch für die Entteilungen Küchen wieder Nein 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 1428 Schwede Ein wunderschönen guten Morgen, Dominic Moin, Dominic Siege 1428 Wiederbelegung Morgen, Hotti Äh langweilig Zählen ist Zählen ist langweilig Ich möchte wenden dann will ich auch arbeiten Iiii, pfui Der will arbeiten Das hast du Also macht man sowas heutzutage noch? Lässt man nicht heutzutage arbeiten? Das auch aber das ist dann das Side-Business, weißt du? Ich verstehe Ich verstehe Ich verstehe Ich verstehe Was ich wünsch Das geht schon Wenn du 1000 machst, dann freuze ich mir das im Kalender an Wie, was, Meli keine 100 Keine 100? Ich habe vorgelesen 1000 Boah, ich bin noch viel zu verpennt, boah Ah, Stufe sprung Ah, oh Meli ist doch nicht schlimm Bei mir sinds noch weniger Ah noch weniger spieler spieler nicht richtig die zwei dreimal die ich gespielt habe wobei immer haben wir wirklich einen kompletten tag durchgesucht und das war heftig ja dann wer war spaß gespielt schön mit svenny zusammen jetzt spiele ich meist alleine ich habe keinen bock irgendwer anzuschreien irgendwie läuft auch das so extrem idioten so verschlechtert mit den idioten das ist ja du passt halt nur auf deinen eigenen arsch auf ne ja klar hast ja gar keine andere chance das ist das gute daran macht einfach belief ja auch gut immer dieser das sind so diese verlierer von wegen der kontrolle der betonwand ja klar die unterhose drückt irgendwie solche sachen sind das ich hätte dich geholt aber ich habe das falsche t shirt an es gibt es nicht jetzt schon der schon die letzte zahnung drauf auf der auf dem laser gewehr ja wie hat denn wer gesuchtet bitteschön wie süchtig ist denn der spielt er schon eine ganze woche durch die ganzen tag ich bin euch selbst ich nicht nicht es ist ja schon heftig aber manche denkst du echt was machen die das ist ja das ist ja das ist ja das ist ja auch so leute die haben keine angst vor gott habe ich jetzt ohne sagt man so bei uns Ich bleibe jetzt hier einfach still mit dem Lasergewehr. Der einzige Vorteil am Lasergewehr ist, dass man nicht schießen muss. Ich denke, mein Multiplass ist im Moment die stärkste Waffe. Okay. Ich lege mich gar nicht, wie du auf Schippe mit der Waffe einfach so losschießt. Den Hardcore am besten noch, wo wir einen Schuss brauchst und töten. Kalsch. Da vorne ist eine lila Kiste. Weicht auch, oder? Das Konzose. Das Konzose. Nochmal rein. Das Konzose. Das Konzose. Das Konzose. Vielen Dank. So lange ihr könnt. In Kürze geht es aufs Schlachtfeld. Mal gucken. Ich habe mir jetzt die Pixelwaffe noch gekauft. Ah, die 8-Bit. Ist doch ein bisschen am Backen. Ein bisschen, ja. Die Lobby macht das nicht. Guck. Alter. Ist ja, als ob du wirklich auf 8-Bit fliehen würdest. Safe, ne? Ja. Ich dachte, ich hätte mir das eingebildet. Alter, ist das kaputt. Ne, das merkst du sofort, sobald du die Waffe wechselst. Sobald du die Waffe wechselst. Mit den Aufsätzen ist es voll präzise. Also voll stark. Mann. Dann kommt das Spiel einfach mal mit der Darstellung der Waffe nicht klar. Lol. Jetzt habe ich sie mir geholt. Jetzt kann ich sie wieder nicht spielen. Ich habe immer so ein Pech, ne? Jetzt ist es jetzt ein Pech, ne? Da geht es aus. Nö. Nur noch mal趕, ne? Nein? Was ist es? Nein. Was ist das? 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 ist das? ist das? Was 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 ist das? ist das? Das ist das? Das ist das? Was ist das? Was ist das? 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 das ist das? ist das? Das ist das? ich ich bin ich nicht du bist du bist ein Hurensohn ich bin ich nicht du bist ein Hurensohn aber so einer von ich suche um die runde rein raus schnell ja das ist ja das gleiche schmerzmittel was ich ja im krankenhaus schon bekommen habe ist richtig gut, das Zeug. Das Einzige, was du da halt nicht darfst, ist arbeiten und Autofahren. Das ist da nicht in Ordnung. Das darfst du nicht. Ja, das Zeug ist wirklich gut. Ja. Ja, Ibuprofen und so ein Scheiß hätte bei Nervenentzündungen nicht geholfen. Wäre zu schwach gewesen. Da muss ein bisschen was Stärkeres her. Die sind Verschreibungspflichtig, Melodie. Die kriegst du so nicht. Wie heißen die Scheißdinger denn? Metamizil oder irgendwie, so ganz komisch. Auf jeden Fall die erste, die ich genommen habe, da kam ich mir vor, als wäre ich auf Droge. Metamizil heißt, Metamizil. Ja. Auf Ibuprofen und das Paracetamol und den ganzen Scheiß, ganz in einer Lockerautofahren ist ja kein Problem. Ne, das hatte ich bei meiner OP schon gekriegt, im Krankenhaus, Metamizil. Das ist schon anständig. Ja, wie gesagt, Melodie, die kriegst du auch wirklich nur verschrieben. Die sind Verschreibungspflichtig. Was ist Verschreibungspflichtig? Tramadol? Metamizil. Auch, ja. Wie, ich hab schon zu Melodie gesagt, ich hab die erste Metamizil reingepfiffen, nach einer halben Stunde hab ich mich gefühlt wie auf Droge. Danke, Manu. Ja. Ich hab gefühlt, gar nichts mehr hingekriegt. Das Problem ist, beim ersten Mal ein, du bist auch voll verwirrt im Kopf, ey. Ne, ja. Ja, ich kenn das. Ich hab hier, ich hab wirklich hier gesessen und dacht mir nur, scheiße, was machen, wo bin ich? Aber bist du Allergiker, dass du die da nehmen musst? Ne, ne, das ist bei mir, weil das Entzündung dann Nerv war, ne Ibo würde da nicht helfen. Darf ich sowieso schon mal gar nicht, wegen Blutverdünner. Aspirin, Ibuprofen, das darf ich ja alles nicht nehmen. Ja, das weiß ich, ja. Okay. So, bei mir bleibt dann im Prinzip nur noch Paracetamol. So, sie sind aber bei ner Nervenentzündung einfach zu schwach. Ja, klar, klar. Immer. Deswegen muss das da ein bisschen heftiger sein. Und die hatte ich ja schon im Krankenhaus bekommen, glaube aber in Tropfenform, wo ich meine OP hatte. Also Flüssigform. Aber die waren heftig. Die waren richtig heftig. Da hab ich aber, glaube, gefühlt keine 500 Milligramm bekommen, da hab ich nicht. Ja, ich hab ja mehr reingefüßt bekommen. Ja, man, Zermit gegen Heim geht wieder. Ja, wie gesagt, Meli, wenn er Blutverdünner nehmen muss, dann darfst du ja kein Ibo nehmen, weil das nämlich auf dem gleichen Rezeptor ansetzt. Ja. Ich dachte, Mama schläft schon. Ich dachte, Mama ist schon gar nicht mehr da. Ich hab wohl immer zu wenig genommen. Das denkt man sich so oder so. Schöne Narkosetabletten für den guten Tag. Juhu. Alter, das ist ein richtiger Happy-Macher, ey. Verstehe ich nicht. Hallöchenküsse. Ja, Meli, wenn du es nächstes Mal beim Hausarzt bist, sagst du bescheid, du willst Metamizol. Fertig. Du brauchst Narkosetabletten, Meli, Narkosetabletten. Und dann fängt der Spaß erst richtig an. Boah, nun. Mach doch die Hunde den Scheiß schädern, Alter. Ich bin ja nicht auf die Sacki gezockt. Mann, dann hab ich einfach mal Bock zum Zocken und dann nicht dauert es ewig. Nein, wunderschön, guys. Guten Morgen, Curly. Wie, ne? Heute Mittag geht's ja los für Curly. Ab nach Südafrika. War das nicht woanders? Ne. Welcome to South Africa. Okay. Ey, warte mal Curly fährt nach Südafrika, da kann sie eigentlich ein paar Teilegleich mitnehmen für Südafrika. Das ist ja bloß Seefrachtcontainer voll. Nicht viel. Ach, warte, Meli. Immer schön das gute Zeug reinballern. Und ich hab gestern Airbags gezählt. Yes? Ja, von Volvo. Von Volvo auch noch. Sind die auch aus Schweden stark? Nee, wir haben ja bei uns in der Halle, also in der neuen Halle ist Ikea, Volvo und das Bundesministerium. Bundesministerium, na. Das braucht man nicht. Ja, die haben eh nur Papier und Masken bei uns. Ja, siehste. Die brauchen nur Ebelscheiß. Moin, Heiko. Grüße aus dem schönen bewölkten Dortmund. Weißt du, wann ich traurig wäre, der Heiko, wenn ich in den Kaffeebecher schaue und schon den Boden sehe? Dann werde ich traurig. Ja. Ja, es wäre auch zu schön gewesen. Hm. So, wie sieht's hier aus, Shaderly? Geht's bald los? Geht bald los. Oh, ich hab meine Mitarbeiterkarte noch in der Tasche. Oh, oh. Gut, dass mir das aufgefallen ist. Obwohl, eigentlich schlecht. Danke, Melli. Ach, das ist scheiße, wenn ich schon den Boden sehe. Ja, safe. Hm, hm. Oh, Han. Han. Was ist mit Han? Han ist Solo. Han ist Solo. Ja. Ach, so. Kaffee Maschine, ich komme. Jami, Jami, Jami. Jami, Jami. Was hat die Augen, ne? Mutti kill Zombies. Auch ne. Kann ich nicht mehr hören, ja. So, Frau austauschen. Dann fallen andere Gespräche. Ja, ich auch gleich, Aga, ich auch. Bin zwar nicht Mutti, aber, naja, was denn hier ist, kann ja noch werden. Ich hab keine Zeit, so ein bisschen töten. Nicht? Boah. Morgen spiele ich ein bisschen die neue Zombies mit. Hui. Ja, das Lasergewehr muss ja irgendwo hochleveln. Die MP kriege ich hier hochgelevelt, aber Lasergewehr nicht. Ja. Eigentlich meine Aufgaben war beziehungsweise. Welches Zombies spielt, Melly nochmal? Black Ops, ne? Melly Black Ops, nochmal Vengas. Ja. Na ja, Melly, müssen wir mal im Battle machen, wa? Jeder macht Ausbruch einzeln, wir fangen gleichzeitig an. Ja, sag das nicht, Melly sitzt dann wieder da bis 5 Uhr morgens. Ach so, scheiße, nee, dann besser nicht. Dann kommt Thomas nach Hause, wo ist das Mittagessen? Gibt Keynes, macht er selber. Und dann geht er weinend, den Schlafzimmer. Nee, nee. Weinen tut er erst nachher wechseln. Ja, weil er das Elend endlich mal wieder in der Hand hatte. Er hat's endlich gefunden. Ach, warum war das denn? Alter, das darfst du mir nicht sagen, wenn ich mein Schmerzbild noch habe. Ja, aber, ey. Das meine ich. Das ist heftig, der Zoll. Muss ja aufpassen, dass ich nicht gleich noch über die Zombies wache. Ich habe auch schon zum Arbeitskollegen heute gestern gesagt, ich könnte 5 Joints rauchen und hier arbeiten. Wäre kein Problem. Was die Leute dann mal rummeckern von wegen, ja, die scheiß Kiffer gehen nicht arbeiten, das ist Schwachsinn. Drei Viertel von den Kiffern gehen nämlich genauso arbeiten wie du und ich. Mein Schiff hat gesagt, er macht Kiffer. Die kommen immer pünktlich. Ja, natürlich, die arbeiten genauso. Ein Kumpel da genauso. Das heißt, die arbeiten genauso. Ich komme ja nicht mal nicht bekifft zur Arbeit. Ja, ja. Ich bin ja kein Junkie. Nee, ich meine das jetzt generell. Ja, ja, ja. Das heißt ja nicht, dass du wirklich sein musst, aber du arbeitest genauso wie jeder andere Mensch. Ist Schwachsinn einfach. Schwachsinn. Was manche Leute da labern. Ich sag's dir. Ich will den Kaffee nehmen. Ja, komm. Bam. Zack. Frag mich immer, wo mein Charakter das Schild hernimmt. Hat er vom letzten Mal noch in der Karte. Hat er den Gegner weggenommen, als ich ihn getötet hab. Ja. Ich hab hinter der Hosentasche gesteckt. Genau. Und hier ist noch ein bisschen looten, Leute. Ja, aber Melli, ich sag mal so, äh, es ist ein Unterschied, wenn du jetzt mit Kiffen anfängst und arbeiten gehst, oder innerhalb der jahrelang schon kifft und arbeiten geht, bei denen, der es jahrelang macht, du kriegst das einfach nicht mit. Für mich hat, haben alle Rauschmittel auf der Arbeit nichts verloren. Ja. Wie, darf ich auf der Arbeit auch noch nicht mal mehr rauchen? Scheiße. Das ist doch kein Rauschmittel, das ist nur... Für mich schon. Ja, für mich ja auch, aber das geht ja noch. Beeinflusst deine Sinne nicht. Nee, nicht, nicht so stark. Ja, ich bin nur in der Autosand. Wenn du länger keine rochst, dann beeinträchtigt es die Sinne doch sehr stark. Weil ich krieg das mit, wenn ich länger keine roche und ich hab einfach Dunst wie Sau, ich werd aggressiv wie die Seuche. Das ist Genuss. Achso. Für die anderen denn, oder was? Das weiß ich nicht. Wenn ich jetzt keine rochstundenlang... ...ist das Genuss für die anderen, ja. Ich glaub, die buddeln sich dann lieber ein. Oh, Bundle, schau mal gucken, was haben wir denn hier schönes. Alter, wie viel... Wie viel Vieh Bundles hab ich denn? Oh, okay. Feindliche Drohne ist aktiv. Feindliche Drohne ist aktiv. Verhält eine Ausrüstungslieferung. Feindliche Drohne ist aktiv. Ich weiß nicht, ich verzählt habe 23 Flughandel. Das geht, ja. Ach nee, jetzt komm... Ah, die Retro sind ja auch beide. Guck mal, die haben 26... 27... ...angefordert. Wir könnten sie überfallen. Hahaha. Ihr wollt doch nur an sein, Loni. Hat es aber leider verkauft. Wenn ich was tue, brauche ich nicht rauchen. Ja, ich gehe alle zwei Stunden auf der Arbeit rauchen. Ja, das ist ein gutes Maß, ja. Sollen wir zurückgehen? Ganz harte Lobby-Säule wieder. Crash-Code. Delikat und tödlich. Was habe ich mir da mal gekauft? Ach du Scheiße. Ah, jetzt kenne ich. Porzellan. Das sagt mir sofort was. Ach du Kacke. Was haben wir noch hier? Ach, das Bundle habe ich ja auch nicht gesehen. Scheiße. Fast 30 Free-Bundles. Ohohoho. Das ist nice. Oh, noch 50.000 Punkte. Da habe ich die Waffe freigeschaltet von den Helden. Ah, geil. Das geschenkte Pack, der ist sogar mit einem Geschenk versehen. Du willst da mal reinzugucken. Hä, versumpft? Was war das denn? Das kann ich nicht sagen. Du Scheiße. Das ist eine MP und zwar die, äh, Waren holen. Okay. Was ist das? Nachschützen gewährt. Schade. Guten Morgen, Hans-Gitter. Ich habe es okay mit Schatzschutz, die Gewährung rein. Oh, oh. Jetzt, Alter. Es wird langsam. Da kommt das Ding. Mit dem Unterhemdtypen. Ich habe auch die Sniper, die ich habe. Diese langsame, die Lena nicht mag. Auch die Snoop Dogg-Sniper. Mhm. Das ist der Cannabis-Blätter. Wo ist die denn, wenn wir irgendwann mal in der Flucht fliegen? Ja. Sie hat es dann eigentlich eine Klasse gemacht. Äh, sie hat es irgendwie versucht gehabt dann. Hat sie wieder umgebaut? Nee, nee. Du hattest keine gemacht. Das war doch das Problem. Sie hat dann versucht, das zusammenzubauen. Ich habe ihr das noch geschickt. Was ist das Ding? Sie wollte die Schweizer spielen. Ich habe ein Schweizer-Spiel. Guten Morgen, Hans-Peter. Schassi. Hallo, Lena. Ist die Arbeitsverwaltung gewesen gestern, Schassi? Dankeschön, Jan, dass du diesen komischen Typen da umgebracht hast mit dem rosa Schildchen. Ja, nicht dafür. Oh, es war ja ekelhaft. Bereithalten für Einsatz im Kriegsgebiet. Ja, wie du wolltest auch die Schweizer gestern probieren, Schatzi? Ich finde keine Schweizer, mein Klasse. Das ist South Africa. Hm. Jetzt hör auf. Kartengewebe, hä? Oh, Ronny, du bist am PC, hä? Ja. Geh mal auf YouTube und gib mal ein South Park der neue Indiana Jones. Ich hab mich befüßt. Na. Oh, mach doch. Wenn du das schweißt. Geht doch. Das ist gut, Schatz. Dein Problem. Rüstig, sie gleich aus. Das ist ein Problem. Probier ich das nächste Mal nicht mal aus. Ja, nein, Schoens, vergräutig. Okay. Da bist du kaputt, oder? Ist das das Ding, oder was? Ja, Kollege gestern auch zu mir. Kennst du schon den neuen Indiana Jones? Ich so, nee. Also doch drauf hier, guck mal. Fast eingebracht. Ja, ich muss halt noch arbeiten, leider, Manny. Ich glaube, morgen nicht mehr. Ja. Danke, Manny, für die 15 Sterne. Neue Indiana Jones. Ja, ich bin sicher. Ich bin sicher, ob ich dann Wochenende. endlich werfen die denn mich ab feindliche drohne ist aktiv ich würde den gegner sagen dass es mir leid tut aber es tut mir nicht leid außerdem lügen wir nicht was machen so so spiel auch eigentlich nur melodi jungs so so ich will einen luftschlag hier phoenix drei unterwegs hier 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 Ja, das ist ja die Zombie-Kiste hier, die man öffnen kann. Ich hoffe da immer, dass da mein Spezi rauskommt. Aber das ist doch irgendwie nur, wenn ich kurz danach sterbe. Ghostig bin ich jetzt. Guck mal, Drohne. Er hat nicht einen Schuss getroffen, also verdient gestorben. Jetzt müsste ich langsam Speziwohnes voll haben. Warum sind das so hässliche Zombies? Sag mal, Melli, wie oft guckst du da zu? Nicht oft. Nee, ich merk das schon. Was? Selten. Melli. Jetzt hast du ihn wieder offenbart hier. Muss man sich auch nicht merken. Nee, nicht unbedingt. Ich bin wirklich ghostig, weil... Hm. Wo ist der nächste Shop? Ein, zwei, drei. Ich mach jetzt das dümmste. Die Affen locken nur normale Zombies an. Ja, keine, die die Zombies. Hey. Falsche Einstellung. Ich will einen Luftschlag auf dieser Position. Hier, Phoenix 3. Schlag unterwegs. Du hast dich für die richtige Seite. Was soll ich dabei sterben? Ist mir egal. Ich will die Mission voll haben. Leggy? Ich brauche auf dir. Kaum. Ohne beginnt Überflug. Ist eigentlich flüssig. Das ist voll, mir. Das ist voll, mir. Oh Gott, das ist ein Scheißer. Das ist ein Scheißer, das ist ein Scheißer. 16.000 Marken kurz gesammelt. 16.000 Marken kurz gesammelt. 16.000 Marken kurz gesammelt. 16.000 Marken kurz gesammelt. Oh ich sehe dich nicht. Oh es hat gesollen. Das Gas weitet nicht aus. Sicherheitszone verlegt. Ich bin noch da. Feindliche Drohne ist aktiv. Das Gas nähert sich dir. Der Feind schmeckt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten. Was? Ja, er weiß es einfach. Not Full HD. Ja, er zielt schon durch die Wände auf dich. Noch mal rein, ich bin sofort da. Ich rauch nur eine. 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 die als favoriter kommt aus den kisten raus dass ich sie mal aus erwähnungen denn die schweizer sieht ihnen gegen uns den anderen waffen so klein aus so mal gucken wie er die gegner kippen erst einen dritten schuss alles könnte was werden so 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 Das ist gut, seine Waffe ist echt die Optik. Jetzt muss er eine Lodi-Kiste finden. Wieder Aufherstehung. Aufheißen ohne Vollstoß. Das Gas stehert sich schnell. Überleben ist wieder Aufherstehung. Aufheißen ohne Vollstoß. Wir kommen. Wer hat denn eine Lodi-Kiste? Ach, die Tundra soll auch wieder krass sein, ne? Okay, ne? Das Sniper. Wollen wir mal gucken. Wer spielt denn Sniper und Sturmruhe? Die Lobby sind schon hart genug für mich, Schatz. Der CBR ist ja noch ein bisschen härter gerade. Luftschlag auf diese Position. Ihr Phoenix 3, Schlag unterwegs. Ausflösung. Die Bordeärs nach vorräten, verbessern wir die Ausrüstung. Bordschlag. Das Kopfgerätiert ist auszugrecken. Wundervoll. Ich glaube es nicht. Das Gas nährt sich dir. Und wieder tot. Machst du nichts in den Lobbys? Machst du nichts? Guten Morgen, Luzifer. Moin, Luzi. Guten Morgen. 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 er kann man aus dem gulag der freundschirm holt hat er sich jetzt aufs dach gelegt in der hoffnung befindet sie nicht noch mal dass er mich vorher bekommt bevor ich töte satz mit x würde ich sagen ja 132.000 habe ich schon von 150 scheiße geht aber echt gut wieder völlig vergessen irgendwie ist ja auch wieder aber noch nicht so verlässlich kann curly ja jetzt zwei wochen nicht zocken aber ich glaube jetzt nicht dass da jemand eine ps5 hat in südafrika nicht in der entwicklungshilfe mein freund die wurden doch schon entwickelt das hat bereits im ohr hallo ja hallo hallo mit dem schädchen des verderbens das ist ihm doch bloß geholfen schneller runter zu kommen was noch mal tack jetzt hast du die snake power ja hoffentlich 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 mit mit und klappen erst wenn ich genau wir wissen ja bescheiden wir wissen doch was du machst Das Missionsziel lautet, das Kompressziel auszuschalten. Das Kompressziel ist offen. Wundervoll. Noch fünf. Aufpassen. Suche abgeschlossen. Ohne zurück zur Basis. Erfolge der Hälfte. Tschüss, tschüss. Ich sag ja, auf Distanz ist sie nicht mehr so stark. Da sind die letzten beiden. Neue Sicherheitszone wird markiert. Das ist sie auf der Kersen. Das ist sie nicht mehr so stark. Das ist sie nicht mehr so stark. Das ist sie nicht mehr so stark. Ich hör nicht. das gibt es nicht mit einer blauen wasser angeblich keine ahnung irgendwas spinnt mit dem spiel ist nicht umkippen probiere ich noch eine runde mit der schweiße bis es klappt beim ersten sieg hatte ich doch schon also diese einweg dampfen die halten ganz lang aber je nachdem welche man hat 500 600 oder 1400 züge ich habe jetzt mit 600 dann habe ich noch mit 700 und eine halbe tage anderthalb tage meine hält jetzt ich weiß gar nicht wann ich die bestellen am 23 drei tage schon das ist ja ich war mit meiner dick am ersten tag unterwegs schon drei tage also ich dampf auch nicht wenig deswegen bin ich erstaunt akku macht lange mit ja der sucht genug drin ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe wieder schon wieder wieder schon wieder ich bin schon 75 80 alter hör auf ey ich will 100 sein dann bin ich einfach zufrieden und battle pass 9000 battle pass weiß ich ja in welchem ich bin noch dmp in lila jetzt in der lodi kiste und ich bin komplett zufrieden spiel hänge weben na tolle wurst er verlob die aufkommen ja glaube ich doch noch ein doppelte peter ich kann aus dem battle pass bekommen aber etwas bin ich jetzt ja 63 1,5 ja das hat man mitgekriegt lena dass du halb ausgeflippt ist hat man mitgekriegt ich möchte das echt schön geworden die waffen die man da bekommt ich werde mal gucken nächste woche wenn kohle da ist werde ich mir für 40 euro skin holen das sind ja dann wieder 5000 cp mit dabei ja jetzt ist auch schmutz hier immer zweiter geworden wird nicht nur 4 wins werden können der einsatz beginnt bald nach dem schlaf die noch alle jürgen bei dir ja es ist die optik hier verpackt mit dem super helden der superheld ist unsichtbar maaann da muss halt jemand warum muss der seine superkräfte gerade jetzt einsetzen der helft genau so muss das und chris hast du den job wie ich meine 50 tausende bomb bin ich mein drachen ja muss man ja fragen langsam wird es mal zeit die dna sparte bestimmt schon hintergrund dafür leider nicht ja schade hat mich fast gefreut aber der nächste job wird es goldene neue mp und die schweizer einfach weiterhin positiv bleiben das wird schon einfach korona positiv werden ist alles gut ich sollte auch mal langsam der führung service beantragen schnellen toll ich dachte der mit dem kleinen kopf alles gut Das zieh ich doch nicht auf. Das gibt's doch nicht. Es ist sogar so dunkel, dass ich ihn dann nicht sehen kann. Ich glaub es nicht. Moin Micha, alles gut bei dir? Moin Sie, ja. Was war das für ein Dreck? Was ist das für ein Dreck? Dreck über den Gewicht ab, auf den Händel ab. Keine falschen Treffer. Keine falschen Treffer. Keine falschen Treffer. Doty, drop! Doty! Nein! Du Hundesohn! Du Hund! Weg mal auf! Na, Suppenkopf. Also Micha macht demnächst ne Apotheke auf, alles klar. Heide zu Micha bitte! Mhm. Boah, jetzt weiß ich's will. You have uns nicht mehr im Discord? Hm, weil er ja noch im alten drinne war. Ach du hast schon, okay. Ne, ich mach trotzdem nochmal. Keine landende Weinsatzgeschichte. Leder hat. Nicht ich. Ja. Oh, geht mir die Shilpwakes auf den Sack, ne? Auf Reichweite geht das nicht. Aber so ist die Waffe ganz stark. Hm. Easy. Ja. Ich hab'n Gegner, der mir einen Sniper-Shot gibt und die Waffe wechselt vor mir. Und nennt sich Ultra. Neutra blöd, ja. Boah, kein Ding grüß, kein Ding. Na, Gegner? Damit hast du nicht gerechnet. Klar, er kommt aus dem Himmel ohne nicht... ohne nichts. Ich, du bist da nicht. Ich hab'n nehm'n 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 nehm'n. Das war's für heute. Okay. Okay. Das ist natürlich kacke, Micha. Das ist ein Ziel für einen Luftschlag. Hier ist ein Elektrospieler auch noch. Na, super. Hier liegt keine Loading, ist zu mir perfekt. Suche abgeschlossen. Drohne zurück zur Basis. Das ist die auf den Persen. Noch 10. Sie ist zum Greifen nah. Wie wär's, so einen Sniper würde ich mitnehmen. Ähm. Wie immer in die Lobby. Wer da rauchen kann. Letztes Käfig. 17.000 Punkte noch. Jetzt probier ich die Runde. Jetzt probier ich. Ich hab's mal wieder. Ich hab's mal wieder. Ja, gleich 64. Ich hab's aber nicht. 78. Nach einer Runde hab ich eine Doppel-DP. Ja, hey. Danke. How about... Ich hab's mal wieder. Danke. Danke. Danke, Danke. Vielen Dank. 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 Okay. 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 Ja, das ist weg, oder? Das ist gut. ich müsste es noch gleich haben ich bin ich bin ich bin Da sind mehr Twitch-TV-Spieler als gestern bei mir am Start. Da sind mehr Twitch-TV-Spieler als gestern bei mir. 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 był coisa Der Feind spricht über dem Gebiet ab. Der Start ist ausgeschaltet. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Was ist das? rechts und links ist keine unten einsatzschild und stücke jungen ja Es waren nur noch 5 übrig. Der Sieg war in Reichweite. Lassen setters. Ich kann es nicht mehr sehen, aber ich kann es nicht mehr sehen, dass ich es nicht mehr sehen kann. So lange ihr könnt. In Kürze geht es aufs Schlachtweg. Falt sich aber da mit der Läden. Ja! So lange ihr könnt. In Kürze geht es aufs Schlachtweg. Was los? Scheiß Heli nicht gefällt. Alter, Baller wie so ein Bekloppt auf das Scheiß Ding drauf fliegt. Die fliegen von Map zu Map, ne? Was? Die Helis fliegen von Map zu Map, ne? Nee. Aber halt zufällig. Was ist denn der Mist? Ich weiß schon, warum ich COD deinstalliert hab. Wo ist mein Weg? Ich bin kein Fan mehr davon. Ja! Ja! Genug Training! Jetzt bekämpfen wir den echten Fall! oh der wach hier ist wohl schon ekelhaft boah da denk ich mir aber auch gerade dass wir einer meinung sind bei leberkäse wird mir schlecht so früher morgen überhaupt aber seid beruhigt bei mir läuft auch nicht gerade besser Ja, kam Turismo angeworfen, die ersten zwei Rennen wurde ich komplett aus dem Frennen gedreht, in dem ja. Reicht bei mir. So was spielt man ja auch nicht. Doch, wenn man Renn-Fan ist, so wie ich, dann spielt man sowas. Nein, nein. Ach, ja. Ach, ja. Nein, nein. Nein, nein, nein. Ja, ja, weil ich den... ...tirren von dem Frennen, ja, wo ich leere, dann musst du meinen... ...lern. Dann gehen wir so. Und dann geht's Dank, Herr Renn, dann Leben. Fangen wir mal an, Herr Renn, dann wird wo mich, dann sind wir noch so. Das ist, das ist das Verhalten, ich reingehe. Und dann kannst du jetzt grüßt mal, dann... Das Gras breitet sich aus. 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 Das Gras wird verlegt. Das Gras breitet sich aus. 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 Ja, das gibt's nicht. Ich bin noch da. Ich bin noch da. Der CM1 hat 40 Schuss. Die ist freigeschaltet, wenigstens. Das ist nur Schurken-Sachen sammeln. Danke, Schatzi. Ein, zwei Rühnchen noch, aber dann mach ich aus für heute. Ich bin fertig. Ja, kein Thema, mach das mal. Ich leg mich dann gleich wieder hin und stimme. Was soll ich jetzt suche? Ich brauche. Ich bin noch da. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 selbst mit vollem platten kannst du die wollen schocken der feind sprecht über dem gebiet ab auf dem himmel ab bei mir ist es eigentlich egal wie welche der waffen benutzen ich hatte die runde mit 28 leuten drei linien gewähren vorbereitungen beendet zeit für den einsatz im tanks gebiet die klassen gelder ich weiß wegen dem visier der auferstehung zeit der typ 990 aber leider vorbei wird leider nie wieder so gut wie sie immer sein Luftschlag auf diese Position. Ich bin okay, aber ich bin jetzt nicht mehr. 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 Ich bin jetzt mehr. Ich bin jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt 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 mehr Surprise abgelockt. Das Ziel ist verloren. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Das Gas breitet sich aus. Es ist nur noch 5. Denn hätten wir zwei für allemal. Geht doch nicht Mann. Guck mal da läuft noch ein Gegner. Die heimliche Drohne ist aktiv. Das Graf breitet sich aus. Neue Sicherheitszone wird markiert. Das Graf breitet sich aus. Das Graf breitet sich aus. Sicherheitszone wird verlegt. Keine Experimente mehr. Beende den Job. Es waren nur noch 5 übrig. Der Sieg war in Reichweite. Wir haben unsere Schlacht gewonnen. Aber wir haben den Sieg noch nicht verloren. Das war auch meine letzte Runde. Ich wünsche dir eine gute Nacht noch. So Leute, ich bin raus. Ich habe keine Lust mehr zu spielen. Ich will mich lieber hinlegen. Wir sehen uns dann heute Abend bei Lena. Ich bin jetzt schnell weg. Ciao, ciao. Ciao, ciao.